Platz, sitz, gut. Hey Elli, runter von der Tastatur. Ach, sie geben uns so viel zurück, oder? Unsere Haustiere. Egal ob Hund, Katze oder Maus, wir freuen uns einfach, wenn wir nach Hause kommen und uns eine kleine, feuchte Schnauze anstupst. Wir möchten, dass es unseren pelzigen oder auch nicht so pelzigen Begleitern gut geht. In dieser Folge wollen wir klären, wie wir das im besten Fall auf nachhaltige Art und Weise hinkriegen. Zu Gast sind diesmal Uta Schneider von der Bio-Tierfuttermarke DEFU und der Tierarzt Bruno Schneider. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern die liebe Lena ist dabei. Hallo mal wieder. Lena, es geht ja um Haustiere. Wie ist denn so deine Haustier-Erfahrung? Ich weiß ja, du hast einen Hund, aber wie groß ist dein Zoo insgesamt aktuell und welche Tiere gab es bisher schon in deinem Leben? Also es ist jetzt die Frage, ob wir die Maus auf der Terrasse mitzählen oder nicht. Ich denke schon. Ansonsten habe ich momentan nur eine Mitbewohnerin, nämlich meinen Hund und ich habe dann auch so ein Pferd, um das ich mich mit kümmere. Angefangen mit der Haustierhaltung hat es relativ klassisch für uns so auf dem Land hier, glaube ich, einfach mit Kaninchen, die in so einem Stall im Garten gewohnt haben, die im Sommer irgendwie auf die Wiese in sein Freigehege gesetzt wurden, jeden Tag die da das Stück Wiese abgefressen haben. Und nicht gegessen wurden? Doch. Also die sind dann im Herbst, auch wenn sie ausgewachsen und dick und rund waren, gegessen worden. Ja, damit bin ich irgendwie groß geworden, aber es war schon so, dass ich gelernt habe, dass man sich eben um die kümmern muss. Und dann hatten wir ein Meerschweinchen, das zu uns gezogen ist, weil es sich mit keinem anderen Meerschweinchen vertragen hat und deswegen in Einzelhaltung musste. Das hat auch ein sehr biblisches Alter erreicht, also das hatten wir sehr lange. Das war dann so ein richtiges Haustier im Haus. Gut, dann bin ich mal studieren und ins Ausland gegangen. Da hat sich das Thema Haustiere für mich eine Zeit lang wirklich erledigt. Und danach sind aber dann halt Hunde bei mir eingezogen. Und damit habe ich auch angefangen, mich für Hundesport zu begeistern. Pferde und Reitsport habe ich irgendwie so mein ganzes Leben lang schon begleitet. Aber die sind ja auch nur so Halbhaustiere, weil die wohnen ja nicht im Haus, die wohnen woanders. Im besten Fall. Also im besten Fall, ja. Aber es sind ja schon auch, also ich würde sie schon eher in Richtung Haustiere zählen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Also ich habe gerade keine Haustiere, einfach weil es in der Wohnung gerade, ja, ist ein bisschen schwierig. Aber meine Eltern hatten zum Beispiel immer Katzen und ich hatte auch mal Wellensittiche und Kaninchen. Also ich bin schon vor allem mit Katzen groß geworden, aber irgendwelche Tiere waren irgendwie immer da. Ich glaube, das geht aber ja den meisten Menschen so, dass Tiere sie irgendwo in ihrem Leben schon mal begleiten. Meistens halt auch aus dem Elternhaus und dann erfahrungsgemäß die Menschen oft auch selber wieder sich Tiere anschaffen zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens. Aber jetzt mal so typische erste Date-Frage. Also Franzi, unser erstes Date, es ist voll romantisch. Wir sitzen da und ich sage, würdest du dich eher als Katzenmensch oder als Hundemensch bezeichnen? Schwierig, muss ich gleich zu Anfang an sagen. Aber ich würde schon sagen, eher Katzenmensch, weil erstens mal bin ich halt mit denen aufgewachsen und ich finde die schon mega, weil die einfach ihren eigenen Kopf haben und auch mal pöbeln und nicht ganz so schleimerisch unterwegs sind wie die meisten Hunde. Aber ich mag auch Hunde sehr gern. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann mal einen Hund habe. Die sind halt eher so Mitläufer, also jetzt im positiven Sinne. Du hast ja einen Hund, aber kommst du jetzt auch mit Katzen klar? Also mit einzelnen Katzen komme ich sehr gut klar. Ich bin jetzt kein Katzenhasser, aber ich finde so Katzen mega cool zum Beobachten und die kann man ja auch mal streicheln. Aber ich mag halt sehr gern, wenn ich im Team mit meinem Tier was tun kann, was unternehmen kann oder auch auf dem Ziel hin arbeite, sportlich gesehen oder irgendwie halt was gemeinsam tun. Da sind ja jetzt Hunde doch wesentlich kooperativer als Katzen, meistens zumindest. Also kann ich mich erst mal mehr für Hunde als für Katzen begeistern. Aber dann ist es halt schon wieder so, dass ja jedes Tier eine eigene Persönlichkeit hat. Und wenn man die kennenlernt, mag ich doch einige Katzen sehr gern. Zum Beispiel die Frieda, die Katze unserer Kollegin Lina, die ist halt schon sehr toll. Ja, die ist super. Aber ich stimme dir zu, dass Katzen jetzt weniger Bock auf Teamwork haben. Aber ich sehe schon, also so ein bisschen zwei Lager haben wir ja, aber passt ja auch. Hast du dich schon mal mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Haustieren auseinandergesetzt? Ja, also als Kind hatte ich das natürlich nicht so auf dem Schirm bei den Kaninern. Aber seit ein paar Jahren beschäftige ich mich natürlich schon damit. Man betrachtet ja schon seinen ganzen Lebensstil. Und wenn Tiere ein Teil deines Lebens sind, dann hinterfragst du natürlich auch diesen Teil. Und es ist ja schon so, dass Tierhaltung ein sehr großer Wirtschaftszweig auch ist. Man gehe mal in einen Reitstall und schaue sich an, wie viel Plastik in diesen Pferdeställen rumliegt. An 100.000 Putzboxen, 5.000 verschiedenen Bürsten, Fliegenhäubchen in allen Farben des Regenbogens und so weiter und so fort. Also man kann ja auch mal in so ein Tierfachgeschäft gehen. Da erschlägt es einen ja, was es alles an Gegenständen gibt und was so ein Tier wirklich besitzen kann. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Und außer dem Zubehör hat man natürlich dann noch die große Frage nach dem Futter. Aber auch so Dinge wie Fahrstrecken. Also wenn ich zweimal am Tag meinen Hund zum Gassi-Gehen erst mal 20 Kilometer fahre, wie nachhaltig das Ganze ist. Ja, also man kann da wirklich mehrere Fässer aufmachen bei dem Thema. Wir haben ja auch ein paar andere Leute gefragt, wie sie das Thema Nachhaltigkeit bei ihren Tieren so berücksichtigen. Oder halt auch nicht. Mein Nachhaltigkeitstipp für die Katzenhaltung ist, dass ihr euch nicht dieses unnötige Katzengras in den herkömmlichen Plastikbehältern kauft, sondern einfach im Biomarkt zum Beispiel Weizenkerne mitnehmt. Die könnt ihr zu Hause in die Erde pflanzen. Und schon nach ein paar Tagen wächst da sehr leckeres. Ich habe es noch nicht probiert, aber meine Katzenlieben ist Katzengras. Mein Name ist Romy und wir haben seit einigen Jahren ein Meerwasser-Aquarium. Das ist natürlich sehr energieintensiv und braucht viel Strom. Unter anderem auch deswegen haben wir uns für eine Photovoltaikanlage samt Batteriespeicher entschieden. Damit sind wir jetzt deutlich nachhaltiger unterwegs und achten zusätzlich darauf, dass wir zum Beispiel das Osmosewasser tagsüber erzeugen und erhitzen. Und auch die Beleuchtungsintensität haben wir mittags stärker eingestellt. In meiner Küche steht eine Wurmbachs, in der ganz viele Kompostwürmer leben. Ich finde das total interessant und ich nutze sie auch gerne und täglich, weil einfach immer ein bisschen Biomüll anfällt. Beim morgendlichen Kaffee ist es der Kaffeesatz oder auch beim Apfel das Kerngehäuse, das ich raus trenne. Es fällt immer was an und man kann selbst eine Klorolle reinwerfen, weil einfach auch die Würmer ab und zu Fasern brauchen und sich da sehr drüber freuen. Im Sommer habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich immer gerne Wassermelone mitgenommen habe, weil zum einen liebe ich Wassermelone, zum anderen fällt aber auch einfach viel für die Würmer ab. Und dann hat man eben davon mehr gegessen. Die Würmer haben sich gefreut, ich habe mich gefreut. Eine Win-Win-Situation. So, jetzt haben wir schon von einigen Tierarten gehört, von Katzen bis zu Würmern. In der Folge wollen wir uns aber vor allem auf Katzen und Hunde konzentrieren, weil das einfach die am häufigsten gehaltenen Haustiere sind. Aber bevor ihr jetzt enttäuscht seid, das ein oder andere Kaninchen kommt sicher auch mal vor. Jetzt habe ich es ja schon angesprochen, Katzen und Hunde sind die Lieblingshaustiere. Wie viele genau das sind, erzählt euch jetzt mal Tami. Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt kommt KMT. Klugscheißen mit Tami. Hallo ihr Lieben. Um in dieses KMT ausnahmsweise mal nicht mit einem unangenehmen Wortwitz zu starten, habe ich was anderes Unangenehmes vorbereitet. Weil während der Recherche bin ich natürlich im Internet auf einen Test gestoßen, der mir verraten sollte, welche Hunderasse ich bin. Und dieses Ergebnis möchte ich nun feierlich verkünden. Also, wahrscheinlich hatte ich nicht eindeutig geantwortet, weil ich bin halb Husky, was ich richtig cool finde. Also Husky einfach ein cooler Hund. Aber irgendwie bin ich auch halb Jack Russell Terrier und also jetzt no offense, aber dazu möchte ich mich nicht äußern. Merkt euch einfach den Husky. Also falls euch jemand fragt, Tami ist gleich Husky. Und falls ihr euch gefragt habt, warum ich die Katzenrasse nicht getestet habe, das gibt es nämlich mit Sicherheit auch. Naja, ich bin ganz klar Team Hund. In Deutschland ist es insgesamt tatsächlich relativ ausgeglichen. Da sind sowohl Hunde als auch Katzen sehr beliebte Haustiere. Aber mal der Reihe nach. In fast 70% aller Haushalte lebt generell ein tierischer Begleiter. Die Top 5 Haustiere dabei sind Katzen, Hunde, Fische, Vögel und Nagetiere. Es gibt in Deutschland ca. 15 Millionen Katzen und 10,5 Millionen Hunde. Was die Kleintiere betrifft, sind es vor allem Hasen oder Meerschweinchen. Was die Vögel betrifft, sind ca. 4 Millionen davon Haustiere in Deutschland. Und natürlich dürfen wir auch die Terrarien nicht außer Acht lassen. Davon gibt es etwas mehr als eine Million. Und hier wohnen vor allem Schlangen und Schildkröten. Und wir lieben unsere Haustiere. Also das spreche ich aus Erfahrung. Aber auch sonst sagen 77% der Deutschen, dass sie ihr Haustier eher als Familienmitglied betrachten. Das verzeichnet eine aktuelle Studie aus diesem Jahr. Das ist aber auch kein Wunder. Denn laut dieser Studie sagen fast alle HaustierbesitzerInnen, dass ihr Wohlbefinden sich mit einem Haustier verbessert hat. Und warum das so ist? Dazu gibt es sogar eine eigene Wissenschaft, nämlich die Anthrozoologie. Die untersucht Wechselwirkungen zwischen Mensch und Tier und versucht so, unsere sozialen Verhaltensweisen zu ergründen. Generell gibt es viele verschiedene Gründe, sich ein Haustier anzuschaffen. Wir Menschen haben sozusagen schon eine biologische Zuneigung zu Tieren. Und das scheint sogar irgendwie angeboren zu sein. Kleinkinder beschäftigen sich laut einer Studie nämlich lieber mit Tieren als mit Spielzeug zum Beispiel. Und unsere Beziehung zu Tieren wird auch kulturell beeinflusst. Ein Beispiel dafür sind Hunde. Wir lieben ja Hunde ganz sehr und ich auch ganz besonders. Aber es gibt auch Länder, in denen gelten sie als unrein. Da liebt man sie dann vermutlich nicht so sehr. Was ich jetzt nicht wirklich unterstütze, aber naja. Und es gibt noch ganz viele andere Gründe, die unsere Zuneigung für Haustiere befeuern. Sei es zum Beispiel das Kindchenschema, also grob gesagt, dass wir große Augen und Stupsnasen süß finden, eine spezielle Region im Hirn, die auf Tiere reagiert, oder auch unser Hang zur Nachahmung. Also, wenn sich unser Nachbar jetzt einen süßen Hund aus dem Tierheim geholt hat, dann wollen wir auch gleich einen sozusagen. Am meisten schätzen wir Menschen am Ende aber die Gesellschaft unserer tierischen Begleiter. Sie unterstützen uns mental, reduzieren unser Stresslevel und bringen Freude in den Alltag. Naja, das war's von mir. Tschüssi! Haustiere geben uns also wirklich was zurück und fressen uns nicht nur die Haare vom Kopf. Womit wir schon beim Thema wären, Futter. Lena, was bekommt deine Minzi so zum Fressen? Hier muss ich mal kurz Verwirrungen vorbeugen. Das Minzi ist nämlich ein Hund, heißt eigentlich Pfefferminzer, ist also keine Katze. Ja, dann muss ich noch so einen kleinen Disclaimer vorausschicken, weil mir sehr klar ist, dass die Fütterung von Hunden unter HundebesitzerInnen ein sehr beliebtes Diskussionsthema ist und dass es da sehr viele verschiedene Überzeugungen von Barfen über selbstgekocht bis hin zum Trockenfutter gibt. Ja, nicht, dass wir jetzt hier in die Hundebubble reinrutschen. Also da will ich jetzt gar nicht reinrutschen. Ich finde, jeder sollte selbst entscheiden. Ich finde, nur Gedanken drüber machen sollte sich jeder Besitzer schon mal, was zu dem individuellen Tier und den Lebensumständen am besten passt. Mein Hund wiederum bekommt tatsächlich hauptsächlich Trockenfutter aus Insekten. Da bin ich drauf gestoßen, weil mein Hund eben manche Futtersorten nicht so gut vertragen hat. Und dann kam das Ganze dem Tierwohlaspekt schon entgegen. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wo das Futter herkommt, das ich meinem Hund füttere, wie ich mir Gedanken um das Essen mache, das ich esse. Und da kam eben der Tierwohlgedanke auch durch, dass ich das Insektenfutter eigentlich eine gute Alternative fand. Und inzwischen kenne ich auch einige Hundesportler und Züchter, die eben auf Hundefutter aus Insektenproteinen zurückgreifen. Gut, mit Insektenfutter bist du schon sehr nischig unterwegs, denke ich. Ja, das glaube ich auch. Zumindest höre ich das selten, dass FreundInnen ihren Tieren Insektenfutter geben. Aber bei dir ist es ja vor allem so, dass Minzi nicht alles verträgt, wie du gerade schon gesagt hast. Ich habe ja mit Uta Schneider gesprochen. Sie macht das Marketing bei Demeter Felderzeugnisse für die Heimtiernahrungsmarke DEFU. Und sie hat auch gezeigt, dass viele KundInnen von ihnen eben auch das Futter kaufen, weil das entsprechende Haustier das andere Futter vielleicht nicht so gut verträgt. Aber erst mal, was bedeutet Bio-Futter denn genau? Eigentlich ist das gar nicht so ein großer Unterschied zu normalen Lebensmitteln, die wir so als Mensch auch verzehren. Also grundsätzlich ist es so, es gibt eine EU-Bio-Verordnung, die quasi Standards festlegt für Produkte, die sich dann hinterher Bio nennen dürfen. Es geht natürlich genauso bei uns auch darum, von der Herstellung der Rohstoffe bis hin zur Produktion in den Werken. Alles wird überwacht durch ein staatlich überwachtes Kontrollsystem. Ja, und wenn dann alles korrekt ist sozusagen, dann kriegen diese Produkte eben das Bio-Siegel. Also das ist schon genauso wie bei Lebensmitteln auch. Also wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Also neben generell der Regelung, dass wir natürlich Bio-Zutaten und Bio-Zertifizierte Herstellung haben, ist es vielen Haltern auch eben wichtig, dass es eine Biotierhaltung eben ist, die halt doch einfach den Nutztieren mehr Platz bietet, Freilauf bietet und so weiter. Also ihnen doch ein bisschen ein artgerechteres Leben bietet. Das ist für viele ein ganz wichtiger Aspekt. Auch, dass man den Tieren keine präventive Gabe von Antibiotika gibt. Also nicht jetzt vorsorglich sozusagen alle Tiere immer rund um die Uhr mit Antibiotika versorgt, sondern wirklich nur, wenn ein Tier akut erkrankt ist. Ja, also eigentlich kein Unterschied zu anderen Bio-Produkten. Bio-Futter wird auch kontrolliert, biozertifiziert und es garantiert auch da ein hohes Tierwohl und alle anderen Bio-Kriterien, die angelegt werden. Genau, denn zumindest bei fleischfressenden Tieren wie Katzen und Hunden gehört halt dann auch Fleisch ins Futter. Aber Ute, erklärt mal direkt, was alles so im Bio-Futter landet. Naturgemäß landet bei uns erstmal hauptsächlich tierisches Protein in den Produkten, also hauptsächlich Fleisch und Innereien, weil wir sprechen bei Hunden und Katzen von Karnivoren im Fall von Katzen und Omnivoren im Fall von Hunden. Und bei unseren Produkten für Vögel oder Hühner sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da geht es dann eher um Saaten und Getreide und so. Aber ja, in unseren Produkten ist natürlich erstmal relativ viel Fleisch drin oder tierisches Protein. Und wir ergänzen das durch zum Beispiel Gemüse, also so Sachen wie Möhren, Kartoffeln, Kürbis. Also gerade beim Hund, wir haben verschiedenste Kräutermischungen dabei, die auch teilweise als Antioxidant fungieren. Und wir haben auch hauptsächlich beim Hund verschiedene Getreide oder Reis drin oder auch Pseudogetreide wie Amaranth für Hunde, die einfach kein Getreide vertragen. Ja, und dann sind natürlich noch so Sachen wie verschiedene Öle, also Lachsöl, Hanföl, so Sachen wie, was man so ein bisschen als Superfoods vielleicht bezeichnet, also sowas wie auch heimische Sachen, also im Sinne von wie Honig, Joghurt, das sind ja eigentlich auch Superfoods, die wir hier vor der Haustür haben. Manchmal haben wir auch ein bisschen exotischere Sachen dabei, sowas wie Aroniabeeren oder Kokosöl. Für sowohl Hund und Katzen auch immer wichtig mehr Salz, also Salz braucht ja auch jedes Tier für eine vollwertige Ernährung. Und ja, generell schauen wir immer, dass wir möglichst schlanke Rezepturen haben, also einen möglichst optimalen Fleischanteil für jeweils Hund und Katze, weil Katze muss der höher sein als bei Hund. Und wir haben so ein bisschen das Prinzip, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir wollen jetzt nicht da so möglichst lange Zutatenlisten haben, sondern das, was das Tier braucht, aber eben auch nicht mehr. Grundsätzlich ist aber wirklich zu sagen, das Wichtigste ist erstmal, also nur weil ein Produkt Bio ist, ist es noch längst kein gutes Futter. Wichtig ist erstmal, wie ist die Rezeptur? Also wie ist das Produkt zusammengestellt? Was für Proteinquellen sind drin? Ist es tierische Proteinquelle oder sind es eher pflanzliche Proteinquellen? Proteinquellen? Wie sind die Anteile? Was sind da für Zutaten drin? Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann ist sozusagen im zweiten Schritt für uns eben wichtig, dass es ein Bioprodukt ist. Grundsätzlich können sich das zumindest die meisten Leute auch selber zusammenreimen, ein Produkt, was einfach naturbelassener ist, wo keine Gentechnik eingesetzt wurde, wo weniger Antibiotika drin sind und so weiter, das ganze Chemiethema, dass das irgendwie besser für den Körper ist. Ich glaube, da würden mir die meisten Leute schon auch zustimmen. Ich finde das mit den Rezepturen irgendwie spannend. Bei irgendwelchen Fertiggerichten für uns Menschen ist das ja auch immer wieder Thema, dass da Zeug reingemischt wird, das es vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Ob es bei Tieren besseres oder schlechteres Tierfutter gibt, haben wir den Tierarzt Bruno Schneider gefragt. Da muss man sich einfach nur mal angucken, was da so drin ist und was da deklariert ist, beziehungsweise wie es deklariert ist. Wenn ich mir jetzt irgendwelche medizinischen Firmen angucke, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, da steht halt wirklich das drauf, was drin ist und es sind nicht ganz so viele Komponenten drin. Da steht dann halt 60 Prozent, was weiß ich, Straußenfleisch und 40 Prozent Kartoffel, ohne irgendwelche sonderbaren Zusatzstoffe. Wenn ich mir jetzt irgendwo ein Billigfutter raussuche und mir das angucke hinten auf der Packung, da ist es schon mal schwierig, überhaupt was zu finden und dann steht dann halt drauf, naja, 40 Prozent Rindfleisch, 20 Prozent Huhn und der Rest ist dann zusammengefasst unter Sonstiges oder unter weitere tierische Nebenprodukte. Da weiß ich aber nie, was drin ist. Da können Knochenabrieb drin sein, Schlachtabfälle, da kann alles drin sein. Alles, was irgendwie tierisch ist, landet dort drin. Deswegen, es gibt besseres und schlechteres Tierfutter, definitiv. Und da würde ich als Besitzer auch definitiv drauf gucken. Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man eben genau darauf achten muss, wie das Ganze zusammengestellt ist und hier ist es halt wieder eine individuelle Entscheidung oder Erfahrung, was dann passt und was nicht. Also genauso wie beim Menschen. Ich habe Uta von DEFU noch gefragt, wie es denn mit Schlachtabfällen ausschaut. Ich finde nämlich schon, dass zur Nachhaltigkeit auch gehört, dass für Tiere Sachen verwendet werden, die wir nicht essen können bzw. essen wollen. Wer von uns isst schon noch in der Reihen? Also ich glaube, das machen wirklich die wenigsten. Auch wenn das natürlich ein Thema ist, über das man mal diskutieren sollte. Genau, das ist immer erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Abfall in dem Sinne? Ist alles, was wir Menschen nicht essen wollen, gleich Abfall? Also wir können zumindest für uns das sagen, dass wir auch mit zum Beispiel Innereien, also dass wir auch Innereien verwerten, also aber immer wertvolle Innereien logischerweise. Sowas wie Leber, Herz, aber auch Hals, Mägen. Alles, was wichtige Nährstoffe für Hunde und Katzen liefert, weil zum Beispiel in der Leber oder so sind wichtige Vitamine, die ein Hund nur mal als in einem Alleinfuttermittel benötigt. Jetzt ein Hund oder eine Katze nur mit Gulasstückchen oder Filetstückchen zu ernähren, ist aus unserer Sicht ernährungsphysiologisch überhaupt nicht sinnvoll. Es wäre gar nicht richtig ernährt, wenn man solche Sachen nicht verwendet. Die brauchen auch Fett, die brauchen Sehnen, die brauchen Knorpel und so. Also was wir nicht machen, worauf man eine Frage ja auch abzieht, denke ich, ist sowas wie Köpfe, Schnäbel, Klauen oder sowas. Ja, das verwenden wir nicht. Aber alles, was, sagen wir mal, die Menschen nicht essen wollen oder auch was einfach sich kommerziell nicht wirklich vermarken lässt, das ist dann eigentlich im Tierfutter sehr gut aufgehoben, weil die Hunde und Katzen in unserem Fall können es sehr gut gebrauchen für ihre Ernährung. Und ich sage immer so, wenn wir jetzt die Nutztiere schlachten, so ein Huhn oder ein Schwein oder eine Kuh, und wir benutzen am Ende nur das Filet und nur das Kotelettstück und so, dann ist es ja quasi zur Hälfte umsonst gestorben, sage ich mal. Und das finden wir einfach auch ethisch nicht richtig. Für uns wird kein Tier nur für das Tierfutter geschlachtet. Also alle Tiere, die werden geschlachtet, haben erstmal in dem Sinne Lebensmittelqualität. Es werden die Teile entnommen, die für den menschlichen Verzehr, Filet und Co., vermarktet werden können, die wir Menschen überhaupt noch essen wollen. Und das, was dann sozusagen an anderen wertvollen Organen zum Beispiel jetzt in Rhein, das nehmen wir dann für unser Tierfutter. Und das finden wir im Sinne der ganzheitlichen Nutztierhaltung einfach sinnvoll auch. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, wir sollten mal eine eigene Folge noch zum Thema ganzes Tieresen machen. Sehr gerne. Heute nicht das Thema. Aber natürlich ist es gut, wenn möglichst wenig weggeschmissen wird und das ganze Tier verwertet wird. Und wenn das dann eben ins Tierfutter geht, warum nicht? Also finde ich gar nicht schlecht. Wie wir gehört haben, brauchen die Tiere das ja sogar. Auch wenn wir vielleicht denken, dass wir den Hunden was Gutes tun, wenn sie den ganzen Tag nur Kalbsfilet fressen. Es ist halt ernährungsphysiologisch einfach Quatsch. Womit wir auch schon bei einem ganz heiklen Thema wären. Vegane Ernährung bei Tieren. Hast du dazu eine Meinung? Das ist wirklich nicht einfach. Also unabhängig davon, wie man überhaupt zur veganer Ernährungsweise steht, finde ich halt, wir übertragen an ganz vielen Punkten unser Weltbild auf unsere Tiere oder auch auf die Art, wie wir sie wahrnehmen oder wie wir sie halten und mit ihnen umgehen. Und da ist es auch logisch, wenn man das jetzt von weiter her betrachtet, dass man das auch auf die Fütterung bezieht und nicht nur auf die Haltung oder die Kommunikation mit dem Tier. Aber auch da, bei der Fütterung, muss ich mich genauso wie bei allen anderen Dingen immer als erstes doch fragen, was dem Hund oder in diesem Fall beim Futter dann seiner Verdauung wesensgerecht am weitesten entgegenkommt. Und Hunde sind nun mal Hunde und die ticken wie Hunde und die ticken nicht nach unseren ethischen Überlegungen. Wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Jagdhund und der ist schon mal die ein oder andere Maus ins Maul gehüpft oder sie hat einen Vogel erlegt und da kann ich klar sagen, die ist kein Veganer. Ja, ich bin da ehrlich gesagt auch sehr skeptisch. Deshalb haben wir ja auch mal den Tierarzt Bruno Schneider dazu gefragt. Kann man Haustiere vegan ernähren? Das kommt darauf an, was es für ein Haustier ist. Es gibt ja verschiedene Haustiere, sofern es Hund oder Katze ist oder sonstige fleischfressende Arten, dann definitiv nein. Alles andere ist sowieso vegan. Reptilien brauchen Insekten. Gut, was kann ich vegan ernähren? Kaninchen, Hase, solche Sachen. Aber Hund, Katze ist ein klares Nein. Man muss sich einfach nur mal angucken, wo die herkommen, was die sonst so gefressen haben und wie die überhaupt anatomisch aufgebaut sind. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Pflanzenfresser angucke, sei das jetzt ein Rind, ein Kaninchen, irgendwelche Körnerfresser wie ein Hamster oder Schafe als Wiederkäuer noch oder Ziegen, ist es völlig egal. Die haben einen ganz anderen Aufbau vom Magen und vom Darm wie so ein Fleischfresser, wie Hund und Katze. Die Wiederkäuer, die haben ihre Vormägen. Die Pferde, die haben einen riesen Dickdarm, genauso wie der Hase. Der Hase macht das über einen Blinddarm und einen Dickdarm, genauso wie alle anderen Meerschweinchen und das Ganze, was es da so gibt. Und Hund, Katze hat das einfach nicht. Das Schwein auch nicht. Die haben einfach einen einhülligen Magen und einfach ein bisschen einen anders aufgebauten Darm. Deswegen sind die rein evolutionsbiologisch schon nicht darauf ausgelegt, dass die überhaupt nur pflanzliche Nahrung fressen können. Bei der Katze sowieso eigentlich grundsätzlich nicht. Die Nahrung von der Katze besteht zu 90% aus tierischem Eiweiß. Beim Hund sind wir dabei 60-70% tierisches Eiweiß. Die Beutetiere damals vom Wolf, die haben da auch den Mageninhalt gefressen und die Beutetiere waren Pflanzenfresser, also war der Mageninhalt auch pflanzlich. Das heißt, beim Hund kann ich sicherlich einen größeren Prozentsatz an pflanzlicher Nahrung mit einbringen, aber definitiv nicht ausschließlich. Hunde, Katzen sind schon immer Beutegreifer. Jeder Beutegreifer braucht Fleisch. Die haben die Augen nach vorne, haben das Gebiss dafür. Wenn ich mir so einen Wiederkäuer oder so einen Pflanzenfresser anschaue, das sind grundsätzlich Beutetiere, egal in welcher Größe. Gebiss anders, Magenaufbau anders. Das Augen sitzen an der Seite, als klassisches Zeichen für ein Beutetier. Das sind Pflanzenfresser, aber nicht Hunde und Katze. Ich weiß, dass ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt mache, aber vielleicht sollte man einfach keine Hunde und Katzen halten, wenn man tierische Produkte in seiner eigenen Ernährung ablehnt. Oder zumindest, wenn man sie komplett ablehnt. Also wenn man sein Tier vegan ernähren will, dann vielleicht doch eher ein Kaninchen. Ja, es gibt ja genug Tiere, die sich von Haus aus vegan ernähren. Genau. Zur nachhaltiger Haltung gehört für mich auch, dass die Tiere artgerecht oder noch besser wesensgerecht gehalten werden. Also das kommt dann einfach auf die Tierart bzw. Rasse an. Und dass Qualzuchten nicht cool sind, ist hoffentlich eh klar. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Auch die Frage, welche Exoten man sich überhaupt halten muss. Das würde nochmal eine ganz andere Folge, glaube ich, aufmachen. Aber für mich ist auch einfach nachhaltig zu sagen, was ist denn überhaupt in unseren Breitengraden realisierbar und umsetzbar. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu Kaninchen und Futter. Oh! Mein Kaninchen damals hat nämlich alles abgelehnt, was grün war. Also ich hatte ein Kaninchen, das hat indoor gewohnt sozusagen, war aber im Sommer eigentlich die meiste Zeit draußen, fand es aber auch auf einer grünen Fläche, also auf einer Wiese richtig doof. Also die wollte den Dreck. Und frisches Gras, Löwenzahn, Salat und so weiter, das fanden sie alles doof. Lieblingsgerichte waren Bananen und gekochte Kartoffeln. Finde ich jetzt so verkehrt. Ich verstehe den Punkt auch, aber war halt ein bisschen Kaninchen-untypisch. Und das ging so weit, dass die Tierärztin irgendwann meinte, sie muss ganz dringend sowas wie Heu fressen, weil Kaninchen das einfach für die Verdauung brauchen. Aber nö, fand sie auch nicht gut, weil das war ja mal grün. Also Heu ist ja getrocknetes Gras. Dann hat sie lieber nichts gefressen als das. Und sie hatte tatsächlich ein sehr normal langes Kaninchenleben. Also ging auch. Okay, wow. Ich wusste, dass deine Tiere schon immer etwas speziell waren. Aber ja, gut, passen halt auch in jeden Haushalt besondere Tiere. Jetzt kannst du rausschneiden. Ja, also, wow. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu einem Punkt. Es gibt ja schon die Theorie, dass Tiere sich viel intuitiver ernähren als Menschen. Das heißt, Kühe und Pferde vermeiden Giftpflanzen, die für sie giftig sind häufig. Also, die wissen das ja auch intuitiv, was für sie gut ist oder was sie gerade brauchen, ohne dass sie jetzt einen Ratgeber dazu gelesen haben. Ich würde halt mal sagen, dein Kaninchen war eine genetische Sonderkonstruktion. Ja, vielleicht war es einfach auf grün allergisch. Oder so. Wer weiß, wer weiß das schon. Gut, jetzt haben wir viel über Futter gesprochen, aber zu Haustieren gehört ja noch viel mehr. Wir wollen es den Lieblingen ja gemütlich machen. Vom Bettchen über Leinen bis hin zu Mäntelchen gibt es ja da alles Mögliche. Lena, wie viele Outfits hat dein Hund? Sei ehrlich. Also mein Hund ist Minimalist. Der hat tatsächlich nur drei Outfits. Okay, das ist kein richtiger Minimalismus, gebe ich zu. Also eins zum Wandern, dann eins für den Hundeplatz und eins, ja, muss ich zugeben, für so hübsche Anlässe. Also da habe ich so ein schönes Halsband zum Beispiel für die Hochzeit von meinem Bruder gekauft, dass der Hund auch auf den Fotos ordentlich aussieht. Mit einer Fliege oder wie? Nee, aber es glitzert ein bisschen. Okay, wow. Ja, gebe ich es aber zu. Ich stehe dazu irgendwie. Weil im Gegensatz dazu ist aber ja zum Beispiel die Leine, die ich zum Sport verwende, die habe ich von meinem Opa geerbt, der im Schäferhundverein war. Und die ist locker 50 Jahre alt. Also ich glaube, die ist tatsächlich vielleicht nicht in dem Sinne nachhaltig produziert, aber nachhaltig genutzt. Nachhaltig weiter genutzt. Weiter genutzt. Und die hält auch noch 50 Jahre, glaube ich. Aber ich muss halt schon zugeben, dass sich das auch sehr reduziert hat in den letzten Jahren. Gerade bei meinem ersten Hund, da hatte ich schon sehr, sehr viel mehr Zubehör, das ich jetzt einfach dann auch wieder reduziert habe. Ja, ich verstehe das ja auch irgendwie ehrlich gesagt, dass das verlockend ist, noch irgendein lustiges Hundespielzeug mehr zu kaufen und noch eine Glitzerleine. Man bekommt es auch geschenkt übrigens. Also wenn man sich einen neuen Hund anschafft, dann kriegt man so wie so Gastgeschenke häufig, dass Menschen dann zu Besuch kommen und sagen, sie haben dem Hund ein neues Spielzeug. Okay, wie wenn man ein Kind hat. Ja, so ein bisschen. Also ich bin mir am Anfang so ein bisschen so vorgekommen. Da wurde zum Beispiel so ein komisches Plastikhuhn verschenkt, vor dem der Hund furchtbar Angst hatte. Und dann ist der aber nie mehr aufs Sofa gegangen, weil da das Plastikhuhn immer lag. Das war so eine Trainingssache. Aber ich verstehe das total, dass das irgendwie ist wie mit Babysachen. Wenn ich irgendein witziges Spielzeug für meine Nichte sehe zum Beispiel, dann wird das aber sowas von gekauft. Und mal ehrlich, für vieles sind Haustiere halt wie Kinder. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist das natürlich irgendwie sinnfrei. Ich denke nicht, dass Hunde oder Katzen oder welche Tiere auch immer tausend Spielzeuge oder Mäntelchen brauchen. Genauso wie Menschen, Kinder ja auch nicht. Ja, also da bin ich voll deiner Meinung, mal abgesehen davon, dass es da einen riesigen Fundus auf Ebay-Kleinanzeigen gibt. Natürlich passiert es halt oft, dass Tiere leben ja nicht so lange wie Menschen. Das heißt, mein nächster Hund ist vielleicht größer oder kleiner und braucht schon allein deswegen eine andere Ausstattung. Aber das findet man häufig auch gebraucht in sehr guten Zuständen. Und dann gibt es ja immer noch so Dinge wie Wahnwesten für Hühner, dass der Habicht sie nicht greift, bis eben zu den angesprochenen vielen Fliegenhäubchen, zum Schmuck von Pferden, Mäntelchen, Faschingskostümen, was es nicht alles gibt. Und das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld einfach. Und ich finde einfach es schlauer, das gesparte Geld, also das Geld, das ich nicht ausgebe für tausend Produkte rund ums Tier, die sehr zweifelhaft sein können oder eben einfach nur eine Optik frage, dass ich dieses Geld lieber in besseres Futter, in Bio-Futter zum Beispiel, oder halt auch in überhaupt die Gesundheit und die Ausbildung von diesen Tieren stecke. Ja, das ist schon krass, was da für ein Markt mittlerweile besteht. Aber ich bin ganz ehrlich, du hast einen Nerv getroffen. Die Hühnerwahnwesten sind schon essentiell, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn meine Hühner sich mit Flügeln und Füßen dagegen wehren würden. Aber süß wäre es irgendwie schon. Ja gut, süß wäre es schon. Es gibt aber ja noch Sachen, die man wirklich braucht. Wie zum Beispiel Katzenstreu und Hundekotbeutel. Die gibt es ja mittlerweile auch im Biomarkt. Die sind dann eben auch vor allem aus Bio-Rohstoffen gefertigt. Ja, also kompostierbare Kotbeutel sind eine gute Idee. Man muss natürlich wissen, die kompostieren sich nicht so schnell, dass man die einfach liegen lassen kann, sondern die müssen natürlich genauso entsorgt werden, basieren aber eben nicht auf Erdöl. Auch nochmal eine ganz eigene Thematik. Letzten Endes aber geht es doch darum, dass man die Hinterlassenschaft nicht nur liegen lässt, sondern einfach einpackt und mitnimmt. Ja, das stimmt. Wenn du schon ansprichst, haue ich da auch noch kurz einen Hinweis aus Landwirtschaftssicht hinterher. Weil gerade bei Hundekot ist es halt einfach so, wenn die über Felder und Wiesen laufen und das landet dann auf dieser Wiese und wird mit gemäht und kommt dann in das Futter von den Rindern zum Beispiel, dann ist das halt für die Rinder super gefährlich. Also das ist wirklich giftig und die können da dran einfach sterben oder andere gesundheitliche Probleme bekommen. Also bitte sammelt es einfach auf und lasst eure Hunde am besten dann nicht über irgendwelche Wiesen laufen. Ja, das ist ein guter Punkt noch am Schluss. Wir haben jetzt hauptsächlich über Nachhaltigkeit im Haustierbereich geredet und viel über Futter und um den ganzen Schnickschnack außen rum. Aber wenn ich mir das Ganze anschaue, braucht es Haustiere überhaupt? Das darf man sich natürlich fragen, aber dieses Thema haben wir hier bewusst jetzt erstmal ausgeklammert. Natürlich produzieren Hunde, Katzen und Co. auch CO2. Das übersehen vielleicht die einen oder anderen ganz gerne. Aber bei der Haustierhaltung gilt ja generell, dass jede oder jeder das selbst für sich entscheiden muss. Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch sehr viele positive Auswirkungen auf uns, wie die Tami vorhin ja so wunderbar ausgeführt hat. Also es gibt ja die psychische Ebene auch noch und eine gewisse Verbindung, die ich auch durch Tiere nochmal zur Natur bekomme und eine andere Verbindung zur Umwelt und eine andere Sicht auf die Welt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen glaube ich schon, dass Haustiere sehr viel wert sind. Ja, finde ich auch. Und egal, ob ihr unseren Podcast an euren Vierbeiner gekuschelt hört oder nicht, in zwei Wochen gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Folge. Da wird es auch nochmal tierisch. Es geht nämlich um Geflügel. Ohne Warnwesten. Ohne Warnwesten, korrekt. Also denke ich zumindest, dass die Puten keine Warnwesten tragen. Aber es geht darum, wie wird Bio-Geflügel gehalten und was ist dabei wichtig? Wir sind zu Gast bei Freiländer Bio-Geflügel. Da gibt es unter anderem Puten, die im Wald leben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüssi. Ciao. Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast ist eine Produktion des Biomarkt-Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.